Hey man! Hey! Zum Grundkonform unseres ersten Studios ist so viel zu sagen, dass Seikow im fensterlosen Aufnahmeraum ohne Heizung vernachtete und Panzer und ich jeweils ein altes Sofa in der Küche des Studios unser eigenes Leben durften. Eines Morgens schaute ich verschlafen rüber zu Panzer und fragte mich, warum seine ganzen Haare, sein Gesicht und sein ganzer Körper von kleinen schwarzen Kübelchen übersät waren. Bei näherer Inspektion fiel mir dann auf, dass ein Rudelratten die komplette Nacht damit verbracht hatte, durch die Ritzen in der Decke auf meinen Bassisten zu scheißen. Auf meinen Bassisten zu scheißen. Auf meinen Bassisten zu scheißen.